So, ich bin's, eure Reiseoportun, Leo, und ich melde mich heute aus Hamburg zusammen mit unserem Local Celina Nunez. Erzähl mal, wo sind wir denn jetzt hier? Also, wir sind gerade in Eimsbüttel, meinem Lieblingsbezirk. Ich wohne hier auch schon seit sechs Jahren tatsächlich und ich möchte euch mal ein bisschen meine Hood zeigen. Super, dann zeig uns deine Stadt! Ja! Ja, wir befinden uns jetzt in der Speicherstadt. Das ist mein Top Insta-Spot Hamburgs. Die Speicherstadt ist ein UNESCO-Weltkulturerbe seit neuestem auch. Und ich finde total zurecht, weil es einfach einzigartig ist und ich liebe diese roten Backsteinhäuser und die kleinen Kanäle, die man hier findet und ich bin hier super, super gerne. Ja, dann mache ich jetzt mal ein schönes Foto von dir, würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier in der Speicherstadt unser Instagram-Pflichtprogramm erfüllt und tolle Fotos gemacht. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Jetzt geht es in die Elbphilharmonie. Da gibt es eine schöne Aussichtsplattform und es ist hier halt direkt in der Nähe. Können wir zu Fuß laufen? Richtig! Ah, perfekt! Von der Speicherstadt zu Elphi. Das machen wir jetzt. Sehr gut, los geht's! So, wir sind jetzt auf der Rolltreppe von der Elbphilharmonie. Haben uns hier durchgekämpft. Man muss manchmal ein bisschen anstehen, ne? Ja, also da ist eine Schlange. Man muss vielleicht fünf Minuten aktuell anstehen an einem Samstag, das ist okay. Man hat die beste Aussicht Hamburgs for free. Da lohnt es sich auch mal kurz anzustehen. Also ich finde ja immer, das hat so einen ganz besonderen Zauber in Hamburg. Es gibt ja hier wahnsinnig viel Wasser. Und mir macht das immer ein bisschen Fernweh. Aber man sieht ja so die Boote auslaufen, die großen Kreuzfahrtschiffe. Man hat aber immer so das Gefühl, man könnte da jetzt einfach einsteigen und mit zum Meer. Und das finde ich halt das Tolle an Hamburg irgendwie. Dass es so gleichzeitig Fernweh weckt und aber auch stillt. Das stimmt, ja. Nachdem ja sehr, sehr lange an diesem Gebäude gebaut wurde und die Leute so genervt waren, lieben die Hamburger jetzt doch die Elbphilharmonie. Und da war aber der kalte Wind und deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen aufwärmen, oder? Ja, ich habe eine gute Idee. Und zwar gibt es hier in der HafenCity einen richtig guten Italiener. Und der ist fünf Gehminuten von hier entfernt. Und weil das Hamburger Schiedwetter jetzt rauskommt, machen wir uns jetzt erstmal da. Zur Stärkung machen wir uns da hin auf. Ja. Ja, nachdem wir jetzt hier ein bisschen die schickere Seite von Hamburg kennengelernt haben, zeigst du uns jetzt nochmal das Schanzenviertel. Genau. Das Schanzenviertel ist so ein Viertel, da kann man alles machen. Also man kann shoppen gehen. Da gibt es ganz schöne Boutiquen mit richtig schönen Sachen. Dann kann man da essen gehen mittags, abends. Es ist immer alles auf. Es gibt richtig tolle Bars auch. Und ich kann die Schanzen empfehlen. Gerade im Sommer ist es ein richtig cooles Viertel. Ja, und ich habe gehört, das ist da, wo sich die Hamburger Hipster rumtreiben. Nach denen suchen wir jetzt mal. Was ich halt cool finde an der Schanze, ist, dass es echt noch so ein bisschen rough ist. Also es ist schon natürlich inzwischen sehr gentrifiziert, muss man sich auch nichts vormachen. Aber man hat schon noch eine Mischung irgendwie aus Punks, Hipstern, ganz normalen Leuten. Und alle leben hier mehr oder weniger friedlich zusammen, außer es ist der erste Mai. Aber ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier ein bisschen bummeln und du zeigst mir mal deinen Lieblingsläden. Sehr gerne. Ich bin gerade richtig glücklich, weil in dieser Eisdiele in der Schanze gibt es zum einen veganes Eis und zum zweiten glutenfreie Waffeln. Also genau perfekt für mich. Wusste ich, dass dir das gefällt? Ich kenn dich doch. Ja, an der Schanze gibt es auch richtig gutes, günstiges Essen und einer meiner Favoriten ist Kumpir. Es sind Kartoffeln mit verschiedenen Toppings, wie man es so schön sagt. Neumodern, wie man das so sagt. Ja, genau. Und ich liebe den Laden, wirklich. Da wird man richtig gut satt und ist unter 5 Euro hier bei einem Abendessen oder Lunch, wie man möchte, dabei. Was normalerweise in der Schanze nämlich auch richtig cool ist, man kann hier überall draußen sitzen und es ist hier echt im Sommer die Hölle los. Da findet man kaum einen Platz draußen, da sitzen die Leute echt auf der Straße. Ja. Wir, da wir ja hart sind, sitzen wir jetzt trotz schlechtem Wetter draußen. Yes. Voll das Massaker auf deinem Teller. Äh, also nicht noch ein paar Toppel-Massaker. So, zum Abschluss des Tages sind wir wieder zurück in Eimsbüttel angekommen und lassen hier den Abend bei einem schönen Glas Rotwein ausklingen und zwar in deiner Lieblings-Weinhandel- und Weinbar. Richtig. Ich finde den Laden einfach gemütlich. Man kann hier abends schön entspannt sitzen und als Wein, naja, Kennerin, nicht unbedingt aber Liebhaberin, fühle ich mich hier sehr wohl und deswegen wollte ich euch den Laden zeigen. Und ja, dann habt ihr meine Hotspots sozusagen gesehen. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen, vielen Dank, dass du uns dein Hamburg gezeigt hast. Gerne. Es war wirklich ein toller Tag. Da drauf. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. diesem Video. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl jerk.